Du lieber Gott! Bundesliga ist halt auch Härte dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Vögel Kickbox. Heute wieder mit Dennis Aogo vom VfB Stuttgart. Die erste Challenge ist unentschieden ausgegangen. Ich spiele noch mal rechts oben. Ach nee. Die sehen alle echt geil aus. Vielleicht kriegen wir heute in der zweiten Challenge einen Sieger. Du siehst schon die Tore hier stehen. Wir machen 1 gegen 1 bis 5. Ganz einfach. Bist du dabei? Glaubst du Gönschitz? Ich bin mir sicher, dass wir jetzt einen Sieger finden. Okay, schauen wir mal, wie es läuft. Wir gehen rüber. Puh, dann schauen wir mal. Oh! Oh! Nein! Scheiße! Aber man kann natürlich auch abstaugen, gell? Also wenn ich einen Ball vom Tor stoppe. Ja, ja. Schon klar. Nicht präzise genug. Mach gleich weiter dann. Und da? Ja. Oh! Ich sehe alles so gar nicht wert. Was? Nein! Nein! Ball, Ball, Ball. Nein! Okay. Oh, schlecht. War das schlecht? Sieht man, dass du eine Defensive bist. Einen Meter Ball gehabt und sofort war Dreck. Oh! Ja! Leute, 3-0. Komm, eins muss gehen. Uh! Oh, sorry. Paul. Beine zu. Beine. Wo ist das Tor? Nein! Im Leistungssport gibt's keine Chance. Puh! Okay, 4-0. Muss ein bisschen. Oh! 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 Ja! Ja! Bundesliga ist halt auch, ist da auch Härte dabei. Kann ich nicht sagen. Dann geht er. Geht auch. 5-0? 5-0. 5-0 würde ich sagen. Vorbei. Dennis Ogo zerstört ordentlich. Er hat Speed. Er kann verteidigen. Ich kann hier in der Challenge gar nichts. Respekt. Ja! So, dein Kickbox steht an. Du stehst da. Muss versuchen reinzutreffen. 10 Versuche maximal. Fang an. Na dann. Du kannst schon mit Aufditchen machen. Ja, ja. Hier ist der Lieberes. Ein bisschen Gefühle kriegen dafür. Das sieht nicht schlecht aus. Nummer 3. Oh! Du lieber Gott. Hier? Ein bisschen kürzer. Gibt's nicht. Nummer 5 kommt's. Puh! Oh! Wo ist der hin? Nummer 6? Ah! Nummer 6. Nummer 3. Stör ich im Hintergrund? Nee, nee, nee. Passt, oder? Yes! Da freut er sich. Ja, klar! Ja! Ja, manche treffen gar nicht. Einen hab ich noch, ne? Willst du noch mal einen Bonus? Ja klar, ich muss ja versuchen von 10. Zeig mal. Nein! Nein! Ach! Du hast immer gut deine Kickbox hinten gelobt. Ja, wenigstens etwa. Ja, manche treffen gar nicht. Was sagst du zur Kickbox? Ja, schwieriger als es aussieht. Absolut, also Respekt auf jeden Fall an ihn. Ich hoffe, euch haben die Videos mit Dennis Aogo gefallen. Checkt gerne die Kickbox auf Instagram. Da gibt's Backstage-Informationen. Dein Instagram-Account gerne. Ja, Dennis Aogo ganz einfach zu finden. Ich würde mich über Follower freuen. Hier auf jeden Fall auch abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Danke an dich. Viel Erfolg noch. Danke dir auch, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns. Ja, dir auch. Ciao.